Hallo hier bin ich wieder und ja wir schauen das einfach mal hier um wie das jetzt weitergeht und gerade mal 126 Neukampfkills das gibt es doch gar nicht oh geil gerade kommt die South Park Folge mit Coon & Friends wenigstens war es hier schon mal zweiter gewesen wunderbar das war ein Diskrepferngeräusch, ich habe Angst gut hier habe ich Zeug und den Level werde ich jetzt mal nur mit Nahkampfwaffe durchmachen ohne Granate und ohne Fernkampfwaffe und es wird sein hier geht es erst mal nicht lang Prozent aus solchen Räumen kommen immer die Zombies gelatscht oder ist doch schon die Brücke vielleicht kriegen wir jetzt noch ein paar extra Verbündete ich weiß nicht nur, den kann ich den Gerät geben ich kann mich nicht in den Gerät geben wir können sogar auch helfen , die haben für dich hey Liz, danke für die Hilfe und wenn die Brücke ist und wenn die Brücke ist, Sie sind eher willkommen willkommen zu kommen mit uns ich kann nicht mit den Gerät geben ich kann nicht in den Gerät geben wir können sogar sogar lassen bei der drüben für dich noch ein Käpt'n mit dabei, das kenn ich noch aus der Online-Level. Aber den Typ, da gibt's einen Litch, äh, oder einen Bug, den kann man auch Pillen geben. Ist er, in Easter Egg ist es und dann isst er eure Pillen und gebt ihr euch ne wieder dieser kleine Drecksack. Kannister zum, ach nein. Gut, wir müssen den Kack-Generator befüllen. Ah, nein, 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 nein. Was geht denn hier ab, mein Gott, äh. Alle Spezial-Infizierten außer Hand und Charger-Kram gerade. Nein, auf Fernkampfwaffen kann ich jetzt verzichten. Eine Tube-Box. Ist es die, die Still Alive spielt? Ich habe es. Reloaden. 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 Dann bereiten wir uns mal auf eine Welle vor, gleich. Wenn ich mal kurz weitergefüllt hab. Dann starte ich da mal diese geile kleine Tube-Box. Nein, ein Tank. Nein, stopp mal jetzt mal die Tube-Box. Jetzt geht's los. Los geht's. Normalerweise durften die jetzt alle kommen. Und jetzt steht der Turs genau wieder hier am Weg. Oh, hallo, der war meine. Drecksäcke. Gut, dann suchen wir weiter nach Kanistern, ne? Fuck. Mann, der macht mir die ganzen Möbel hier kaputt. Nein. Raus hier aus dem Rumgeschleime vom Splitter. Schau hier, take this. Now be safe. I got this one. Bootsäule ist er. Ah ja, man kann ja auch zuhauen. Hilfe. 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 Hallo. Alles rieze, alles rieze. Wehe, der Handler geht es auf mich los. Heilt mich, hallo. Ich muss jetzt leider schießen, tut mir leid. Na komm, Beile durch hier. Bitte kein Tank, oh Mann. Oh Mann. Diese Mission erweist sich als, äh, ja, schwerer als gedacht. Wo war denn nochmal der Generator gewesen? Ach da. Wunderbar. Wunderbar. So, damit haben wir drei. Langt aber immer noch nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da kommen doch alle her, hier. Danke. Zwei Tanks. Gottverdamme ich noch einmal. Das ist ja krank. Ist hier ein Hunter? Danke. Das war ein Schmoggerly. Ah, Schmog. Mann, warum können die Kine-Kanister mitnehmen? Oh mein Gott. Los, 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 lauf. Was, nein? Gerade so ein Level suche ich mir aus, um nur mit der Nahkampfwaffe zu kämpfen. Nein, Entschuldigung. Was, nein? Los, los. Los, los! Ich bin los. Los, los! Los, los! Los, los! Los, los! 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 Ich bin mir doch gerade egal hier. Mein Gott ey. Interessiert mich hier überhaupt nicht. Sind noch 4er offen. Dort oben steht einer. Keep on moving guys. Keine Zeit für blöde Spielchen los, lau. Der Zombie dort irritiert mich, der dort hängt. Oh mein Gott, gleich geschafft. Noch 3 Ladungen. Yeah. Fett alter, fett man. Na toll, hier wollte ich mich gerade verstecken. Zombies. Zombies everywhere. Ah, perfect. Ab und oben ist die Verteidigung, na, perfect. Lauf. Lauf. Das kriege ich. Mensch, Meier. Vielleicht nur noch einer. So, nachdem nur noch ein jämmerliches Kanisterle. Lauf. Beruhigt euch doch mal ey. Mann, 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 Mann. So einen Stress kann ich gar nicht ab. jeweils in der war. Zertudem. und, irgendein. Die, die sich unterscheiden. Wohlt Jim Excel接ten. Bedürfisch? Servierter, ihr geht! Wir haben gesch krank. Das ist jetzt der letzte Kanister. Das will den, der dort hinten steht. Das erscheint mir am sinnesvollsten Hatten die gerade Boomer-Kotze dran, weil die so grün durch aussehen Na perfekt Ich lasse mich jetzt nicht mehr abhalten hier Oder auch Doch, oh mein Gott Lauf Bleigepackt Ja Wunderbar Hier kann man sich in dem Multiplayer-Level wunderbar hinstellen und äh Drauf warten, bis hier Zombies und alles kommt Das ist immer wunderbar Weil hier kann man wunderbar die 10 Minuten schaffen in der kleinen Ecke hier hinten Na los, geh auf Ich will wieder ins Kack-Auto Ja, 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 ja Ja Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen vom Part 7 Und bald machen wir uns auf zum dunklen Karneval, wenn mich nicht alles täuscht Warum haben wir die eigentlich dort nicht mitgenommen, das ist doch gemein Die Überlebenden konnten fliehen Ja, dann danke schön fürs Zuschauen, bitte abonniert, favorisiert, macht einen Daumen hoch What Tschüss Tschüss